Wer den Sommer mag, der kann sich für den nächsten auf die Riddle Wars von Tukables freuen, dort soll nämlich eine neue Version von dieser Windel erscheinen. Das Titelmotiv sind Dinosaurier aus der frühen Zeit der Erde, die auf den Windeln allerdings alle nett und verspielt aussehen. Von dem was bisher bekannt ist, werden sie farbenfroh aussehen und sind von vorne bis hinten komplett bedruckt. Etwas rätselhaft bleibt der Ness-Indikator, es soll ein völlig neues Konzept sein, um in fünf Sprachen anzuzeigen, wie nass die Windel bereits ist. Was Tukables genau damit meint, wird leider nicht beschrieben. Ich kann mir darunter noch nichts Konkretes vorstellen und bin gespannt. Eine Anzeige über den Füllstand gibt es bei medizinischen Windeln häufiger, bei den bunt bedruckten ABDL ist sie selten. Mir fällt spontan nur die Riddle Paws von Abu ein. Dafür hat man ihn dort besonders kreativ umgesetzt, es sind Pfoten aufgedruckt, die verschwinden, wenn sie nass werden. Und das auf der gesamten Windel. Man erkennt also sehr schnell und optisch schön, wo sie schon gefüllt ist. Außen könnt ihr euch auf die recht dicke Plastikfolie freuen, für die Tukables mittlerweile bei einigen Windeln bekannt ist. Vermutlich wird sie auch recht weich sein. Außerdem ist sie besonders breit geschnitten, zwischen den Beinen ist dafür mehr Saugmaterial. Die Windel fühlt sich dadurch dicker an und für die Saugleistung ist mehr Material natürlich positiv, weil sie so tendenziell mehr aufnehmen kann und nicht so leicht ausläuft. Dies nennt der Hersteller Waddle Cut. Ganz so schlimm wie es klingt, ist er nicht. Man kann trotzdem noch normal laufen, ohne extrem breitbeinig laufen zu müssen. Doch man merkt spürbar, dass die Windel zwischen den Beinen dicker und hochwertiger ist, als eine 0815 medizinische. Dieser Schnitt ist nicht exklusiv für die Little Wars, sondern es gibt ihn auch bei einigen anderen dieser Marke. Die Saugleistung ist mit 7500 ml angegeben, wie bei einigen anderen Windeln dieses Unternehmens auch. In einer vorherigen News-Folge habe ich beispielsweise das neue Design der Puppers vorgestellt. Sie hat ebenfalls eine Saugleistung von 7,5 Litern. Positiv, sie verwenden den ISO-Test, also standartisiert. Andere Hersteller machen ihre eigenen Tests. Praxisfern sind diese Tests meiner Meinung nach alle, was man ja regelmäßig in meinen eigenen Videos sehen kann, wenn ich die Windeln im Alltag nutze. Aber mit eigenen Tests kann man natürlich die Bedingungen so ändern, dass eine möglichst hohe Saugleistung herauskommt. Außerdem sind verschiedene Testarten nicht miteinander vergleichbar. Sollte bei einer Saugleistung nicht ISO dabei stehen, könnt ihr davon ausgehen, dass es nicht der Standard-Test ist, sondern ein eigener. REAS beispielsweise hat eigene Tests, sodass man aus den höheren Saugangaben von REAS nicht schließen kann, dass diese Windeln viel mehr aushalten, als eine Tückables mit nur 7,5 Litern im ISO-Test. Ich persönlich finde die neue Little Wars interessant und werde sie genauer unter die Lupe nehmen, wenn sie erscheint und dann auch bei uns zu kaufen sein wird. Bis dahin dauert es noch eine ganze Weile und ich habe verschiedene Praxistes zu anderen Windeln geplant, unter anderem aktuell beispielsweise die Little Rascal und Little Kings. Wie gefällt euch die Little Wars? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video wieder dabei. Bleibt trocken!